Oh Mann, Alter, was soll ich nur aufnehmen? Vielleicht steht ja was in den Kommentaren. Yo, hast du schon was von dem Spiel Star Stable gehört? Star Stable? Was? Okay. Vielleicht auf Epic Games? Hä? Dinger, wo ist das... Was sagt das Spiel? Ein Online-Gratis-Pferdespiel. What the fu- Heyo Leute, was geht? Heute gibt es eine Folge Star Stable. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein und viel Spaß mit den Highlights. Alter, kann ich von vorne mich anschauen? Ey, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber mein Charakter ist einfach übel die Karen. This is the Gabriel Hood and you are not welcome. Oh, das ist Justin, Alter. Hä, das ist doch sehr fake, oder? Ja, Mann. Darf ich dir deinen neuen Freund vorstellen? Strawberry Galaxy. Oida, es geht direkt los. Ähm, was soll ich machen? Etwas Heu. Damn, Alter. Raid Tracing vom Feinsten. Hier, trink. Äh. Boah, Alter. Geht's jetzt los? Oh, es geht los. In die freie Wildbahn. Let's go. Oh, nein. Oh mein Gott, was? Okay, das Tutorial wird absolut zusammengecuttet, Digga. Okay, er sprung, sprung in dein Assis. Kriegen wir hin. Zack. Alter. Junge, mein Pferd ist einfach insane. Muss ich nochmal? Komm, wir machen nochmal. Einfach aus Flex. Okay, das, äh. Muss ich nicht hier hin. Ähm. Also, ich, ich, ich drück grad. Also, ich, ich, ich komm, ich komm da legit nicht mehr weg. Ich bin, ich bin einfach stuck. Oh mein Gott. Man. Okay, ich denk, das Tutorial ist fertig. Ja, dann schauen wir mal, was man so Multiplayer alles hinkriegen kann. Und dann würde ich sagen, aber nicht alleine, sondern mit ein paar anderen Leuten. Also dann bis, äh, gleich. Hey, du. Ich bin endlich awake. Da ist ein Gehörbis Außerbezeichen. Da, gehen wir jetzt hin. Ich will langsam. Wie bleib ich stehen? 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 Okay, okay, das ist gut, das ist gut. Nochmal laufen hier. Zack, springen. Hä? Was ist das? Was sind das für Geräusche? Was? Hier ist einfach wirklich Kanonen. Kann ich rüber springen? Okay, wo muss ich jetzt hin? Der Weihnachtsmann soll mir Geschenke bringen und keine Eismauern. Was ist das? Junge, wo habt ihr diese Tanzmusik? Unten rechts. Was? Unten rechts, wo? Ach so. Unten rechts, da, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge, aus dem Weg. Alter, man kann die Übel weghauen. Oh mein Gott. Zur Seite, Alter. Oh, der ist einfach tot. Oh, der auch. Ja, schon. Junge, das ist ein Kinderspiel. Hier gibt es Kanonen. Du kannst Elfen mit Hufen ins Gesicht treten. Du kannst überfahren werden. Warum bist du runtergefallen? Ich weiß es nicht. Ich bin... Unterm Baum, scheiß. Alter, ich habe... Oh Mann, dieses Spiel war nicht fertig, Alter. Du musst rechts im Hohenhaus sein. Ja. Und da müssen wir was machen? Ja, also ihr müsstet einfach stehen lassen. Das ist ein Stanz. Oh, Alter, ich bin gerade übel gegen das Haus geschallert. Komm, komm, komm. Ja, oh, ja, ich habe es geschafft. Ich war unter der Welt. Habt ihr es gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Oh mein Gott, ich bin so stolz. Pass auf mich. Oh, yo. Siehst du das? Ja, ist nicht. Ey, ich kann nichts machen. Ich rutsche weg. Hilfe. Hallo. Jetzt kann ich nicht Neustart klicken. Nein, du kannst jetzt gar nichts machen. Ich glaube nicht, ne. Ja gut, ne? Dann war es das jetzt mit der Folge Star Style, würde ich sagen. Dann haben wir, glaube ich, viel erreicht heute. Ja. Bis zum nächsten Mal, JoJo. Oh, Mann, Alter, jetzt kann ich endlich das Spiel schließen, Alter. Finally. In a peace. Ich stehe einfach auf dir drauf. Es geht halt wirklich nicht. Ich drücke alles in jede einzelne Taste. Ich komme nicht raus. Oh, mein Gott. Vielen Dank. ...